Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Moonlighter für die Switch. Heute widmen wir uns ganz dem Farmen, denn wir werden im Tech-Dungeon ein bisschen was farmen, damit wir unsere Aufrüstung verbessern können. Und dann nehme ich euch heute einfach mal mit, denn es ist eigentlich gar nicht immer so leicht zu farmen, da die Tech-Viecher ja hier ein bisschen mehr Power haben und uns auch sehr schnell den Chaos machen. Deswegen versuchen wir ein paar Techniken herauszufinden, wie wir umgehen können, so viel Schaden zu bekommen oder was wir auch gegen die Elektrizität machen können. Dafür müssen wir aber längst ein bisschen Energie hinsetzen. So, will man sich das leichter machen, kann man sich natürlich die Getränke holen von der Verzauberung, wenn man schneller durch den Dungeon kommt. Das machen wir hier nicht, weil wir ja allgemein farmen wollen. Und los geht's. Schon weglaufen. So, dann geht's eigentlich ganz gut. Oh, da habe ich mich überstanden. So. Zack. Oh, nicht was er bekommen. Gucken, was in der Kiste ist. Wir nehmen wir alles mit. Ich weiß nicht, ob wir alles gebrauchen können, aber wir nehmen es mit. Obwohl, die Dinger brauchen wir auf jeden Fall, wie ich sehe hier oben. Zerstört Fluchteffekt von gezeigten. Das machen wir einfach mal. Aber bei dem. So. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal eins, was er nicht zerstört. Was sehr gut ist. Hier könnte was drin sein. Gibt's. Eine Portion. Super, super. So, weiter geht's. Hier noch einige. Ah, verdammt. Ich wollte den gar nicht nochmal hauen, aber was machen wir jetzt. Ich könnte den auch von Weitem mit einem Pfeil killen. Dann brauche ich nicht sich dran. Ich bin sehr praktisch. Oh, wirkt sogar ziemlich gut gegen die. Okay. Hier können wir auf jeden Fall runter. Sehe ich gerade. Ah, verdammt. Warte. Wollen wir aufpassen. Okay. Das Ding da hinten macht uns ein bisschen zu schaffen gerade. Okay, man sieht immer, wenn die Blitze kommen. Gleich weg hüpfen. Okay, dann geht das. Gut. Ah. Ah. Ah, verdammt Dachs. So. Einsammelt. Ich meine, man kommt hier runter. Wir probieren's mal. Genau. So, hier sind wir ein paar kleine Schätze. Können wir hier einsammeln. Zack. Zack. Wie ihr seht, haben wir schon einiges eingesammelt. Nicht alles, was wir brauchen können, aber es gibt viel Asche auf jeden Fall. Und ein paar mehr Sachen, die wir eigentlich brauchen für unsere, für unsere, ja für unsere Waffen, beziehungsweise für alles, was wir in Waffen bekommen können. Ähm, beim Schmied die ganzen Materialien sammeln. So. Gehen wir weiter. Hm. Gehen wir aber hier mal nach oben. Ach, gut. Der Ding hier mal nicht geheilt. Ich denke dann. Okay, ich kann auch durch die Wand nicht schlecht. Ah. So. Ein bisschen anders kämpfen, als in den anderen Dungeons. Ah. Da sind wir ehrlich gerade. Den müssen wir mal anders killen. So. Gut. Wir können schon in die nächste Abteilung gehen und gucken, was wir gesammelt haben. Guck mal, dieses brauchen wir auch. Das setzen wir gleich hier nach oben. Man weiß ja nicht, ob wir das brauchen können. Ich würde sagen, wir probieren noch eine Runde weiter. Wir haben ja noch ein paar Getränke hier da. Ja. Aber bevor wir das machen, heilen wir uns mal kurz. Hier unten war ja der Brunnen. So. Perfekt. Und zumindest perfekt. Ein paar Fächer haben wir auf jeden Fall noch frei. Gehen wir mal eine Etage tiefer. Das ist das erste, was wir an der zweiten Ebene sind. Da war ich vorher noch nicht. Ähm. Die Frage, ob wir hier bleiben oder die Sachen erstmal schon mal nach Hause schicken. Das ja viel Kohle ist, die uns sonst durch die Lappen geht. Mal ganz kurz gucken. Was ist das? Was ist das? 19.000 für ein... 60.000 für ein großes Portal. Da muss man sich echt überlegen. Das ist wirklich viel Geld. Aber ich glaube, das können wir fast alles hiermit wieder einnehmen. Wir gehen trotzdem mal in den Raum rein. Wir probieren es. Wir haben ja fünf Getränke. Schauen wir mal. So. Alter. Okay, der macht schon ganz gut Schaden. Okay, müssen wir gucken, ob wir den am besten alt machen. So, wieder zurück im Wald kommen, wollen wir natürlich reingehen, das sind die Gegner. Sogar noch einen anderen Weg hier. Okay, müssen wir uns bespeilen, denn hier haben wir die Truhe und die Truhe ist wirklich ätzend. Ah, trinken. Ah, immer wegrollen. Oh, oh, oh. Eingetränk haben wir noch. Nein, so viel Schaden haben die gemacht, so ein Scheiß. Ah, das war ärgerlich. Da wollte ich zu viel, hätte man nicht machen sollen. Da wollte ich eindeutig zu viel. Aber auch so kann es gehen. Ärgerlich, ärgerlich, aber ein paar Sachen haben wir eingesammelt. Eventuell reicht es ja sogar mit den Sachen, die wir haben wollten. Los, spuck mich aus. Ja, das war ärgerlich. Da hätte man zu viel gewollt. Okay, wir werden auf jeden Fall gleich noch mal reingehen. Ähm, wir gehen noch kurz zurück. Gucken wir mal, was wir da eingesammelt haben. Erlaubt für... Was? Was wir da brauchen. Also für den, das haben wir noch nicht gefunden. Das haben wir auch nicht gefunden. Und da brauchen wir, wir brauchen immer dieses Feuchter, was immer das ist. Aber hier haben wir auch noch nicht das gefunden, was wir brauchen. Und hier auch nicht. Okay. Ist also halb so wild. Gehen wir trotzdem mal schnell hier rein. Und... Wie man sieht, oben hat unser Bett selbst Wirkung. Wir haben drei Schutzschilde. Was natürlich cool ist. Wir machen mal hier auf, damit etwas verkauft wird. Und dann können wir gleich mal gucken. Wir müssen auf jeden Fall einmal kurz was wegpacken hier. Und zwar die Sachen, die wir brauchen. Diese hier. Zack. Zack. Den Rest werden verscherbeln. Was verkauft wird hier? Achso, über das Handeln. Wegeschlangen. Ja, tut mir leid. Habe ich nicht geschafft. Eigerlich. Ja, diese Aufträge sind immer so eine Sache. Also ich schaff sie leider nicht immer. Zack. Das ist leider so. Aber... Warum erst mal ein bisschen Asche hier? Das ist das, ne? Man ist immer beim Farmen. Geld machen. Farmen. Geldfarm. Das macht man halt zu Beginn. Deswegen, das wollte ich euch nur mal zeigen. Was ich zwischendurch mache. Bevor wir uns dann immer den Boss nähern. Und das mache ich halt, um genug Materialien zu finden. Natürlich für meine Rüstung. Aber natürlich auch, um ordentlich Geld hier zu machen, ne? Das machen wir ja nicht drum herum. Geld brauchen wir. Aber wie man sieht, kommt das Geld auch sehr sehr leicht hier rein. So, du lässt meine Sache in Ruhe. Danke. Musik Los, noch ein bisschen mehr. Musik Auf. Auf. Musik Diese Diebesgesindel ist schon ein bisschen nervig. Und noch einer. Da muss man schon sehr aufpassen, weil es sind ja Werte, die hier weggehen. Das wäre sehr ecklich. So, ich lasse noch mal ein, zwei verkaufen und dann gehen wir auch schon wieder raus hier. Das ist zu teuer. Das können wir mal beendern vom Preis her. Machen wir 8000 raus. So, der letzte, der verkauft jetzt hier. Hast du viel Geld? Kann ich mir vorstellen. So, nochmal runter gehen. Das hier auch nochmal runter gehen. So, oh, jetzt ist es verkauft. Jetzt schließe ich den Laden mal schnell. So. Alle raus. Reicht mir nämlich jetzt. Und wir holen uns jetzt noch ein, zwei von diesen Getränken. Ach, wenn wir noch was kaufen. Da. Ja, wir haben gut was eingenommen, das wissen wir. 39.000. So, jetzt holen wir uns mal Getränke nochmal schnell. Ups, hier links. Ups. Getränke. Da brauche ich davon welche. Gehen wir einfach mal. Mir fehlt was. Scheiße. Das ist zu teuer. Also, wir müssen diese hier nehmen. Wenn es war nur 200 wieder. Über 15.000 pro Getränk. Na gut. Nehmen wir drei von mit. So. Perfekt. Gehen wir schnell in den Laden, äh, gehen wir schnell in den Dungeon rein. Und wir haben genug Kohle, um ein großes Portal zu machen. Das heißt, wenn wir coole Sachen finden, werden wir das große Portal auch nutzen. Tech, tech, tech. Und rein. Ich finde das Gebiet ganz spannend. Ist natürlich schwierig noch. Aber es liegt einzig und allein daran, dass man noch nicht so viel Damage macht. Also, bessere Rüstung brauchen wir noch. Aber wir brauchen ein bisschen mehr Schaden verteilen. Dann geht das, glaube ich, auch ganz gut hier drin. Und los. Höh? Was ist das denn? Wo bin ich denn runtergeflutscht? Hat der das gemacht mit seiner Maschine? Das ist ja gruselig. Ach, guck mal, sind wir schon hier? Oh, hier können wir auch mal Sachen einsammeln. Wir lagen hier einfach rum. Perfekt. Geht mir weg. So. Das war nicht schlecht. Nehmen. Gut. Ich würde sagen, wir gehen... Na, wir gehen noch nicht in die nächste Runde, oder? Wir gehen erstmal... Durchforsten wir nochmal hier alles. Weil wir ja schon so ein bisschen... ein bisschen Materialien sammeln wollen. Und das geht hier in der ersten Ebene noch besser. Da sind die Gegner nicht ganz so stark. Die werden ja stärker, desto höher wir kommen. Da. Jetzt aber. Ah, Mann. Das ist schon nervig. Der ist wirklich nervig. Den kriegt man noch. So. Krieg ich auch nicht anders beigepult. Muss man natürlich hier mal rüber, aber irgendwie kann ich ja gar nicht so richtig rüberhüpfen, ohne nicht erwischt zu werden. Doch jetzt. Gut. Okay. Ah, ich krieg auch noch. Super. Oh, hier ist noch ein bisschen. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Gut. Oh, gar nicht so nah ran kommen lassen. Jetzt geht's hier rechts rum. Okay. Okay, wir können mal kurz lesen, was sie sagt. Wächter, nicht zu wechseln mit Wachen, völlig verschieden. Wachen klein, Wächter riesig. Riesige Kreaturen, die in den Tiefen der Dungeons bewachen, riesige Thronen. Bisher bin ich keinen einzigen Vorbewerber gekommen und außer mir ist das auch sonst niemandem gelungen. Ich habe als einzigen die Wüsten und die Wächter überhaupt gesehen, die Serie gebührt mir allein ein Punkt mehr für Crazy Pete, obwohl mich auch interessiert, was für Schätze zu bewachen, diese Orange Kreaturen nur an den Wächterinteresse zu haben. Okay. Oh. Oh. Heran, super. Kommen wir alles mit? Da ist noch ein kleiner Viech, das ist überhaupt alles erforscht, das heißt wir müssen in die nächste Ebene definitiv gehen, denn mehr gibt es hier ja nicht zu sehen, das machen wir noch schnell. So gehen wir an eine Etage höher. Dann kriegen wir einen Dreh raus, wie wir mit den Gegnern umzugehen haben hier, und wir in der zweiten Ebene, wie wir da mit den Gegnern machen sollen. Okay, schon mal einen Brunnen gefunden, das ist schon mal sehr gut. Ah, guck mal, das hier ist. Den müssen wir als erstes kalt machen leider. Dann halte ich mich die ganze Zeit am Hals, das ist wahrscheinlich besser. Okay, hier haben wir noch verstört. Da sind wieder Sachen, die wir sammeln, deswegen packen wir gleich hier hoch. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass wir diese Dinger gefunden haben, die wir brauchen. So, was haben wir noch hier? Ja, das Problem ist, die sind natürlich ganz gut, aber die müssen wir einfach mal zerstören. Wir brauchen Platz für andere Sachen. Wir brauchen hier. Wir brauchen hier. Wir brauchen hier. Wir brauchen hier. Warte geht's. Wir können uns jetzt noch ein bisschen Leben holen hier drüben beim Brunnen. Komm mal schnell. Einige Getränke verbrauchen. Zurück. Achso. Ach! Das war jetzt gar nicht so schwer, ne? Also wenn es zu viele Gegner sind, wird man halt nervös und macht ein paar Fehler. So ist das. Ah, hier muss ich jetzt haben. Das ist gut. So, was ist das denn? Sind wir mal mit da? Ähm, was kann ich denn hier opfern? Ah, das war ne Klaue, okay. Haben wir so einen schon mit? Dabei, ja, haben wir, okay. So, das sind nicht Sachen, die wir unbedingt brauchen, deswegen können wir die kurz liegen lassen. Hier unten weiter. Obwohl, wir müssen uns vielleicht nochmal auftanken im Brunnen. Dein Leben müsst ihr uns noch geben. Okay, die Dinge habe ich noch nicht gesehen, die sind neu. Jetzt mal weg haben. Okay. 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 Was ist das Schutzfilm weg von denen, würde ich behaupten? Hm, so kreisen wir am besten. Da ist nicht gerade die feine Superart hier zu kämpfen. Aber, das funktioniert anscheinend nicht. So, wir könnten noch eine Etage runter gehen. Die Zahl ist unser Dings schon so voll. Das heißt, wir machen uns ein Portal. Kommt gleich wieder. Und holen uns den Rest ab. So. Angenehm ist das. Ja, schauen wir mal, was wir so mitgenommen haben an Materialien. Zumindest haben wir zwei, drei Sachen gefunden, die wir auf jeden Fall brauchen. Auch für später. Ja, beziehungsweise für unsere Rüstung. Dann werden wir direkt in unseren Laden. Wir können direkt mal zum Schmied gehen. Obwohl, wir können auch direkt ins Menü gucken. Das habe ich jetzt gar nicht gemacht. Werden wir auch machen können. So, also den Bogen können wir nicht machen. Denn, da fehlt uns noch immer unten diese Gaspumpe da unten. Davon fehlen uns welche. Die fehlen uns aber auch für die Rüstung. Muss uns das egal sein. Was? Pass auf. Zack. Zack. So, legen wir uns da hin. Natürlich leider Preise ausdenken für. Aber die kriegen wir schon hin. Na gut. Wollte ich auch nicht hinlegen. Aber egal. Muss ja auch weg. So, den Rest packen wir oben in unsere Box. Mal. So. So. Und so. Das sind alles Sachen, die wir brauchen. Mal. Mal. Mal was hinsetzen. Mal gucken, was für die Preise wir nehmen wollen. Also, das kostet. Nehmen wir einfach mal 1.000 für. Mal noch fehlten Preis. Hier. Okay. Machen wir auch mal. 8.000. Machen wir hier noch was. Nicht ganz. Können wir aber 5.000 bestimmt für nehmen. Scheren. Dann müssen wir selber den Preis für ausdenken. Machen wir mal. 1.000. Ja. Können wir laden. Und das war's dann erstmal für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann gehen wir in die nächste Ebene vom Tech Labor. Und schauen mal, was da noch so abgeht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss.